Ja, einen schönen guten Tag, lieber Herr Trempel und natürlich auch die Grüße an das China Forum Berlin. Ich habe gehört, dass Sie morgen am Mittwoch ein Treffen haben, zu dem ich leider nicht kommen kann, denn ich bin ja in Bochum. Und doch wollte ich Ihnen ein paar Grüße zurufen und Ihnen auch nochmal von meiner Seite aus bestätigen, wie wichtig die Zeit jetzt in diesem Jahr ist, nämlich die Zeit der Wiederbelebung. Vielen Dank.